Wir befinden uns hier am östlichen Rand von Schönau. Das ist unsere fünfte Station. Hier sieht es trostlos und verwahrlost aus. Hier enden viele alte Gleise. Es wirkt wie eine Art Endstation. Es sieht einsam, verlassen und wenig ansehnlich aus. Das hier ist kein Ort, an dem man viel Zeit verbringt. Und wer steht schon gerne auf dem Abstellgleis? Wie wird sich Jesus am Kreuz gefühlt haben? Allein, einsam und verlassen. Jesus fühlte sich vielleicht auch wie auf einem Abstellgleis. Er wusste, dass es für ihn hier nicht weitergeht. Er wusste, dass seine Zeit auf der Erde zu Ende ist. Er wusste, dass er eine Art Endstation erreicht hat. Diese Station verbinden wir mit dem Tod Jesu am Kreuz. In seinem Inneren wird es vielleicht so ausgesehen haben wie hier. Trostlos, verlassen und einsam. Jesus' Tod war grausam. Er wurde ans Kreuz genagelt und sein Tod war schmerzhaft und voller Leid und Erniedrigung. Das Kreuz steht für unseren Glauben und den Tod. Mit dem Tod am Kreuz scheint alles zu Ende zu sein. Der Tod wirkt wie ein unüberwindbares Tor, welches wir nicht überschreiten können. Doch der Tod gehört zum Menschsein mit dazu. Gott schenkte uns Jesus, weil er uns liebt. Nach Jesu Tod folgt seine Auferstehung. Jesus siegt über den Tod. Durch Jesus erhalten wir das ewige Leben. Jesus sprengt das scheinbar unüberwindbare Tor des Todes. Das ewige Leben wird uns geschenkt und somit auch die Hoffnung, dass wir Gott ganz nahe sein können. Wir wissen nicht, wo wir genau nach unserem Tod sein werden. Der Himmel ist groß und weit. Doch bei Gott wird es uns an nichts fehlen. Wir werden die Menschen wiedersehen, die uns vorausgegangen sind. Wenn das kein Beweis für die Liebe Gottes ist.